Nein, John, du ziehst an oben. Als letzter, oder was? Ja. Macht keinen Sinn, wenn ich langsam baue als letzter. Weil ich muss auch Otsuni anbauen. Ooooooh! Weiß nicht. Wo ich den da oben bekommen habe. Okay, Willi macht's Ritter, ne? Ja. Ooooooh! Ich werde zwölf, oder was? Wir sind ein Stückchen höher. Ja, Pascal. Ja, Pascal. Dina, One-Stick. Alter, Pascal! Super Pascal! Der sich dreimal verbaut. Super Pascal! Die hat bessere Ablösen. PASKRAAL! Pasknei. Okay, gut. Wir sind höher. Das reicht. Das reicht noch. Ja, ihr seid höher. Gut. Wir müssen keine Blöcke mehr haben. Willi kann's direkt rüber. Äh. Okay, es klauen jetzt, da und nice. Redo! Ja, Sweetie! Und kick! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Elegant! Elegant! Geh du, ja hab ich die Blöcke. Elegant! 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 Es speckt einfach ein gewisser gleich Mitte mit Doppel-I. Ich dachte sogar, dass wir jetzt sagen, aber das ist nur so ein Junge. Ach, ein Dead Rod! Spring nicht, spring nicht! Ja, die bauen schon jetzt safe in dem Boden. Ach, äh, hier, warte. Will, Will, da liegt noch ein Gold. Ja, Jakob, bau auch direkt safe dann. Also, ab der Hälfte ca. Ja, ich bau nur noch... Äh, nice. Nice, nice. Sehr schön, Jono. Ich hab mal schon safe, ne? So, ein Gold noch. Wer hier. Jonas, sag mal an, wo ich safe fahren soll. Ich hab nur 40 Blöcke. Ja, mach jetzt. Hey, Philo, Philo sagt uns gleich, was die machen. Der ist bei den Trim-Tests. Ja? Als ob. Als ob. Als obi. Alter. Mach's nicht. Wo auch jetzt? Äh, Rush. Schön, Joni. Der Kekse hat Bogen. Ach, Pascal war's. Joni. Kekse hat Bogen, aber ihr habt weiter safe gebaut. Hallo, Philo, wie geht's dir? Wo ist das Ding? Moin! Willow, du hast Bogen, oder? Ja. Willow. Der Kekse hat Bogen. Willow, Philow und Willow. Wir haben jetzt zwei hier in Teamspeak. Müssten ein bisschen aufpassen. Der eine hört sich an wie Jon und das ist Willow. Oder wir nennen ihn einfach Willi. Oh Gott, die Jahre spielt uns so hart weh. Willi, hier. Pass auf, aber da ist ein Loch, ne? Der hat, glaube ich, keinen Korbwub, ne? Wie gehen wir weiter? Ich hol mir Fien. Ich hol mir Fien. Schön, jetzt. Achso. Äh, Jono, der Bogen hat, der Bogen hat keinen Korbwub, ne? Ja, hinten hinten hinten. Äh, Willi, Body Base. Willi, so ne, ähm, Dingses Base. Hast du eigentlich noch. Holt das Bett! Du springst! Du springst! Ich hol ins Bett! Oh, super, Alter. Äh, warum macht er sich noch eine Roll? Ist er komplett behindert? Sieht so aus, ja. Schräg rausgemacht, ne? Vor allem, er hat einfach nichts. Er hat einfach nichts sein. Das sind so einen richten Fins, Alter. Seite, rot is down. Hä, lass Fien finden. Ach, das ist geil. Ich schieße dich. Finde selber, der korrekteste von dem. Ey, Philo, schick mal bitte die TS-IP von denen. Ja, ja. Fien will die mir nicht schicken, weil er Angst hat, dass ich die DDoße... Äh, die bauen von der Seite ein bisschen raus. Ich hab ein Schaf, Alter. Äh, geh sonst wieder in die Mitte, Philo. Ähm, Philo. Ich hab schon, warte noch... Warte noch so... Zwei Sekunden. Jung! Ja, klar. Nein, ich wollte mir Koppelkopf haben die 17 Leitern gekopft. Nice. Ich brauch eh noch... Ich brauch eh noch Blöcke um den MP-Wick zu ziehen. Ja, ich hab jetzt nur 16 Blöcke. Warte ganz kurz. Ey, jetzt sag, wenn nix entscheid ist. Hallo bei Active, wie geht's dir? User disconnected from your channel. Schade. Ich dachte, der wollte auch mal für uns becken. War die alles gut bei dir? Ja, alles. Der hat locker geguckt, dass Philo bei uns im Channel ist. Hast du genug Essen? Oben? Da hinten haben wir wieder einen. Ich hab genug Essen, ja, ja. Man, ich würde auch aufnehmen. Ich nehme auf, ich nehme auf. Schauen die da an der Seite. Hinten ist wieder einer. Ja, John, ich nehme auf, ja. Also hoff ich zumindest. Okay. Vilo, Vilo, Vilo hinten. Vilo. 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 Ange. Mann, ein Apokin. Die finden unten unten, die bauen jetzt unten. Pass auf, John. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schade. Egal, mega nice. Äh, den, der OneStick wird weggesprengt. Ah, die hab ich im letzten Moment noch draufgekottiert, Alter. Oh mein Gott. Ah, ja, aber mir ja auch. Ne, den, ne, den, ne. Das sprengt vielleicht sogar das Bett frei. Ne, schon. Aber ein Teil von OneStick ist weg und das Bett ist nah dran. Unten. Alles klar. Oh mein Gott. 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 Ich hab noch gerne Listen in. Aktion ungefähr. Als ob du volle FL hast. Was? Ja, hab ich... Ist voll belastend. Ich hasse das, aber ich will mich vielleicht klären. Einfach mal aussortieren. Wie viele Seiten sind es? Ja, voll, 500. Er ist heult ja schon wieder rum. Ja voll, 500. Ja, 500 halt. Vor allem weil du schon was gesagt hast. Okay. Er misst die Feinde, glaube ich. Er hat Filo irgendwas gesagt. Ne eben nicht. Ich hätte ja was gesagt, wenn du was so gesagt hast. Äh, nimm dir den TS auf. Also mit auf. Wer nimmt nochmal auf, Willi? Ich hab niemals gesagt... Ähm, wenn du den TS mit aufnimmst, haben wir ja einen Beweis zu sein. Warte, ich kann die, ich hab dir das in 5 Minuten gespeichert. Ja, Jona. Was? Äh, haben die ne Chest? Warte. Warte, 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 warte. John, der am rechts von den Chest lau. Sven rechts, aber ich glaube nicht, also ich sehe keine. Ne, das ist gut. Wir haben keine. Warte, wo ist die Chest? Wo ist die Chest? Ähm, ich sehe keine. Bei dem was soll ich sagen, dass der Bruch keinen Kopf dabei hat oder was? Äh, ach. Schreib mal morgen auf YouTube. Das ist morgen auf YouTube. Nein, du darfst mir das schon veröffentlichen, ich verbiete das. Ich bitte ja, das ist ein Online-Spiel, das kann das nicht verbieten, wenn es online ist. Wenn mir jemand die TSIP schickt, dann schnapp ein. Also nein, ich möchte nicht, dass meine Stimme da öffentlich vertreten ist, wie bei Rüssel, sonst gibt es hier auch eine Anzeige. Das ist doch eh scheißegal. Schreib einfach morgen auf YouTube. Morgen 19 Uhr auf YouTube. Morgen 19 Uhr auf YouTube. Und das Video nenne ich dann Wegnaschung. Weggenascht. Einfach weggenascht. Nein, du musst so ein Cap sein. Philo Spekt für Primus, obwohl er bei Cap auf dem TS ist. Philo, Hashtag Verräter. Ein Cap. Du schick ein Clickbait, Alter. Gleich Mitte Spekt mit Doppel I. Oder so. Ja, ja. Wir können es auch, dass die richtige Spekt machen. Playpointier wäre ein Deku-Kund, und dass ihr rausschneiden könntet. Gott, halt's im Maul. Kann ich mal aufkoppeln, wenn sie mit Bogen hinten drauf sind. Ah, wenn ich mich auf dem scheiß TS-Move... Nee, die sind zu viert. Ach so, zu viert sind es. Mein Geschritz wird ganz unauffällig rausgeschnitten. John, warte noch. John. Ja, es ist gut. Hey, außerdem, was sollst du uns denn überhaupt sagen? Ja, dass der Bogen kein Koffer ist. Der hat blaue Rüstung, das ist das Wichtige. Scheiße. Ja, warte noch, warte noch oben. Warte oben. Ihr müsst zu mehreren da rein. Ansonsten alleine bringt es nichts. Außer einer kommt heute hoch. Ach nee, es blieb nicht eventuell. Die haben keine Chests. Doch, haben sie vier Gold. Die haben keine Chests. Tu das Gold wieder rein, John. Ja, tu das da rein. Nein, John, tu das Gold bitte zurück. Die haben keine Chests. Also, in dem her muss ich das Gold wieder zurücklegen. Soll ich mir das reingehen? Dann mach ich Cowboy auf die untere Ebene. Oder soll ich das Safen Skull? Keine Ahnung. Kannst du mal probieren. Ich geh wieder. Ciao mit euch. Ciao mit euch. Ich bin voll asozial, dann hätte ich Spam einfach. Wow, ein Weg für die Safe. Und dann mach das Loch wieder zu der Knie. Und dann mach ich nochmal Cowboy. Das ist ja so heiß. Grauschig. Naja. Hallo, seid ihr wieder hingehen? Ja. Wir haben sogar schon das Bett. Oh, nice. Ich glaub, die kann... Nicht, das kann ich direkt. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Du kannst auf der Höhe nicht springen. Hm, spart Bronze. Spart Bronze, ne? Genau, macht Schafe und dann fickt alle Rinder. Ja, also wenn ihr jetzt nehmt den Schafen. Damit ihr irgendwann... Guck mal, EP könnt ihr eh nicht schmeißen. Ist so. Ihr könnt ruhig alles verschwenden jetzt eigentlich. Oh mein Gott. Ihr könnt alles sinnvoll einsetzen. Glaub ich bin gelaufen. Bis die einfach gar nicht juckt. Nein, du kannst eigentlich noch... Nein, du kannst noch... Du kannst noch... 169 ist hinten drauf springen. Halt noch oben oder ich bleib hinten drauf. Gold ist drinne. Hast du das Gold von denen mitgebracht? Ja. Viel Gold. Äh, schauen wir jetzt, ob er denn noch ein Roh-Powder kaufen kann. Ja, aber viel Gold heißt, die haben irgendwas gemacht, ne? Ja, aber wahrscheinlich noch... Die EP können die hundertprozentig nicht schmeißen. Ja, genau, genau. 12 Gold haben die jetzt insgesamt dann gehabt. Die müssten... Die müssten dann vom One-Stack entweder hoch und da auch ziemlich weit hoch. Also ich glaub... Vor allem das wärm ich die halt, ne? Ist so. Ja, ich... Soll ich deren One-Stack gleich spliten? Nee, die... Nee, die können nicht. Also wenn da... Ja, die könnten aber irgendwie den One-Stack trotzdem safe bauen und hoch kommen und dann könnten die sein EP-Gapen safe. Dann brauchen sie Ewigkeit ungefähr. Ist egal, die haben ja eine Stunde oder so. Ja, ja, ja. Wenn du dann hinten kommst, dann kriegen wir auch nicht mehr hin. Ja. Lass es zu dritt hinten rauf machen. Und dann einfach alle rein. Und dann ein... Ich wäre dafür, dass jeder auf Keks geht, oder? Also... Geht alle auf Keks jetzt. Dann steht da, Keks MC hat die Party verlassen. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, jetzt. Drei, zwei, eins, jetzt. Ihr könnt aber tollen zählen. Drei, zwei, eins, jetzt. Drei, zwei, eins, jetzt. Drei, zwei, eins, jetzt. Ihr könnt aber tollen zählen. Drei, zwei, eins, jetzt. Ich bin noch mal behindert. Ja, ja. Ach so, die sind noch zu fiat, lol! Ach, du sind nicht. Es sind hier die Stärke. Jetzt Stärke! Ich hab einen getroffen. Auf Keks, auf Keks! Dei Leute haben Stärke! Es geht alle auf Zaraf! NEIN! Hehehe Mann, was kannst du? Ach du brauchst du mal. Alter, ich bin einfach du jetzt. Warte, bitteschön, bitteschön. Bleib da, genau. Achtung, komm, da komm, du kannst vielleicht ein Fläch runterknocken. Komm, jetzt kannst du die Schafe machen, ist ja gut. Oder noch mehr Schafe sparen. Ja, lol, alter Kexter bekommt der Knoppeck, der kleine Schafe, Alter. Die haben zweimal Stärke getrunken. Urimus. Dieses Wissen, diese deutsche Sprache ist ja gut. Bringen wir mal in der Blöcke mit, bitte. Ja. Wenn ihr nächstes Mal zu dritt macht, nehmt noch Schafe mit. Ja, nein, lass doch sparen. Wir haben eh nur zwei Spektrums oder drei. Ich will meine Base genau über deren Base machen. Also ich hab jetzt vier Schafe, aber lass mal mindestens auf zehn. Wir spielen halt in den CW, weißt du, und haben so, ich glaub, 30 Leute im TS, Mann. Ja, wenn's nicht mehr sind. Passt das doch. Können wir eigentlich auch TT machen. Ach so, ich hab's auch gesagt. Lassse IP Stärke sparen. Wann komm, Reg. Wann komm, Reg. Wann komm, Reg, Wann komm, Reg. Wann komm, Reg? Wann komm, Reg? Wann komm, Reg, Wann komm, Reg. Schreib einfach Recconius' auf, Kai, da kann nicht kommen. Wogen 19 Uhr. Auf YouTube. Schau, Upload, man. Ach, ich muss sagen, muss ich abonnieren. Ab und jetzt, wenn wir vorhin sehen. Komplett, kompletter Zeit Hey wie mit Komplett? Ich hab die ersten drei Sekunden nicht aufgenommen Scheiße. Sorry, ich hab auch alles aufgenommen, als ich den... Ich schneid nix raus und heute noch Digga, was hat denn für Anforderungen, Digga? Nein, doch, ihr müsst mal einen Stimm raus schneiden, ich will nicht das... Ja, wenn das heute noch mal, wir müssen jetzt sterben, weil sonst dauert es uploaden zu lange Billy Ihr dürft, äh, ihr dürft den Stimmen nicht hochladen, ihr müsst meinen Stimmen wieder rausnehmen Alter, der Typ Nice, nice Oh, der ist da Oh, der ist da Der ist da Ihr klein... Ihr klein stinker Starke CW, Doppelpunkt, FKB vs. Primus Oh, so ne Ratte, Alter Das war der Fischkataboyes Typ, ne? Wir können EP Stärke machen, ne? Hey, Billy, ein größer Fan, guck zu Was? Dein größer Fan, guck zu Ja, ich schaffe ich vor noch Wie Alex Kalf, guck zu Der Live Gaming Live Gaming ist ein Fisch Wer, wer kennt sie den noch? Hm, ne? Live Gaming Den fand du doch so toll auf dem Film oder da In dem TNT Wichtig Wann hl Hlb wird dir sein Söre zum Abspielen gebracht? Wann hlb nicht so lustig Indi, bau mal das Koblab da So eine Luft, bau dich ja bitte hin Wo denn? Geradeaus. Nein, jetzt nach links. Junge, bist du weg? Ach da, achso. Ja, aber ich hab den Customs Geisel hell, weißt du, deswegen. Ich hab keine Birke mehr. Dann springst du uns gegen das Problemboss. Das ist mir egal. Ich hab's gar nicht gesehen, weil genau der... Direx, warte noch eine Sekunde bevor du springst. Da linst er durch. Ah, nur eine Sekunde warten. Dich treff ich noch, du kleine Mussel. Jetzt. Alter, ich will zu den rein. Aber unsere Zuschauer. Mh, getroffen. Geh, okay, geh auf Keks. Ja, hab den. Ist... Hinter euch. Ja, Witze wirst du euch tun, Alter. Ich dachte, dass... Wir haben 30 Gold. Wollen wir Eisenschwertstecke geben? Ich glaube, das kriegt die Leute, dieser komische Typ da. Ja, komm, dann lass sie jetzt Eisenschwertstecke. Eingetroffen? Ja. Und jetzt soll ich die... Wie sagt's scharf oder was? Ja, du wirst ja... John, kann ich jetzt einen Koppel draufmachen? Ja, lass sie zusammen machen, Alter. Dann mach ich 5 Schafe noch. Der BD ist geil. Wie besser es bleiben kann. Will einer irgendwie was mit Gold machen von euch? Soll ich Eisenschwertstecke EP machen? Oder... Wir können... Ne. Was haben die denn für Probleme? Zweimal Eisenschärke mit... Und dann mach ein Koppel, ja. Ja, ich hab aber nur Angst, dass ich verkacke, Mann. Was haben die denn? Ist doch... Ist doch egal. Ja, wenn... Ist egal. Oder ich schwing vor und dann schwingst du nach. Morgens. Morgens. Hat einer schon... Vorher nicht was gemacht? Ne, ne? Ne. Ich hab halt bisher jedes Koppel geschafft, aber... Trotzdem habe ich Angst, ist irgendwie verkacke dann. Hier. Ja. Und ja, guck mach Schafe noch mit. Und dass du es hier auch einfach hinlegst, Mann. Richtig schlau. Sonst... Hier, Pascal. Lass das doch oben liegen und lass es... Mach du MLG und dann dropp das wer anders runter. Dann ist es safe, weißt du? Nimm mir ein Level 1, der Goldfühl hat. Toido oder Redo? Ey, ich soll noch Stärke machen, oder wie John? Helle? Hab ich blöste Brust, ja. Ja. Hier, Jakob. Danke. Äh, hast du noch Eisen? Äh, 6, ja. Was brauchst du? Ich hätte gern noch ne bessere Stimmung. Nein. Nur eins aus. Na? Alles klar, nice 6. Was denn? Wird zurückgebackt. Ja. 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 Ja, ich hab eh nur die letzten 5 Minuten. Ja, ich hab eh nur die letzten 5 Minuten. Weg 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 weg. Ja, wir müssen noch mal schauen, was du alles drauf hast. Ja, ich hab ja vorhin noch mal schauen, was du alles drauf hast. Ja, ich hab ja, du hast gesoffen. Alle da unten. Wie die fliegen können? Alter, ist der auf. Läuwi ist lecker. 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 Wie viele Leute haben denn zugeguckt, alter? Wollen wir uns noch nie? Die Bratwurst hat zugeschaut. Lecker Bratwurst.